Was ist los? Dieser Gestank, den kenne ich irgendwie. Mächtiger, jetzt wir sicher. Was ist hier passiert? Ich nicht gutes Gefühl. Du, nie gutes Gefühl. Du schon nicht gutes Gefühl an Frühsitzel. Schnauze, sonst gibt's einen Maulkorn. Nicht schießen! Nicht schießen! Einen Gebieter schicken die Propheten also, um mich zu erledigen. Ich bin geschmeichelt. Er verwendet eine Holodrone. Er muss ganz nah sein. Komm raus, damit wir dich töten können! Stellt euch auf! Anführe! Bleibt! Die Flatt greift uns an! Ich hoffe, dass das ein Unfall war! Ja! 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 Wenn die Verstärkung da ist, komm ich nach! Ja! 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 Das war's für heute. Du kannst mir nicht mehr kommen. Sehr gut. Es ist gedeckt. Oh. Jetzt habe ich mein Teller. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. Gut gemacht. um zu überleben musst du mich nur töten es 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 Das war's für heute. Das war's. 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 war's. Das 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 war's. So gut es geht. So gut es geht. So gut es geht. Moment, der Hangar. Dort war ein Seerachdampfjäger. Wir sind hier zu ihrer Pflicht. So gut es geht. So gut es geht. So gut es geht. Anniere und die Zweck zu regulieren. Andere ist aus wie das dieser Wunsch im sixth zu überlegen. Also kann ich planen, weil wir der Opa Gwen cut haben. So gut wie das heftig ist. So gut es geht. So gut ich denke, wie ihr der Schwe declined. Das war's für heute. Das war's für heute. Umdrehen, Ketzer. Gebieter. Ich würde lieber durch ihre Hand sterben, als dass mich die Propheten schlachten. Wer verbreitet denn solche Lügen? Das Orakel. Hallo, ich bin 343 Guilty Spark. Ich bin der Illuminat der Einrichtung Mö 4. Fragen Sie das Orakel nach Halo. Warum man uns ohne Grund und Sinn opfern will. Noch Fragen? Großartig. Ich würde mich freuen, zu helfen. Die Eliten sind blind, Gebieter. Aber ich öffne Ihnen die Augen. Das war wirklich höchst erbaulich. Ich hatte keine Wahl, heiliges Orakel. Dieser Ketzer gefährdete die große Reise. Orakel? Große Reise? Warum bediebt ihr Stück bei euch keine akkurateren Ausdrucksweise? Das, das ist das Orakel. So ist es. Los, wir verlassen dieses System.